Die liebe Pippi, die backt jetzt Kuchen, sie wird's zum ersten Mal versuchen, sie tut es für nen guten Zweck, Herr Nilsson frisst ihr die Rosinen weg. Die Pippi Lotta, die Vitualia, die Rollgardiner und Schokominzer, die backt ihr Pferdchen und ihre Schuhe, nur lässt das Öffchen Pippi keine Ruhe. Im Affen-Tempo mit Affenzahn hält sich die Pippi zehn Stunden ran, dann liegt die ganze Bescherung da, das Hoppetrasse-Schiff mit Mast und Wach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017